So wie du bist, so wie du bist, so bist du für mich der Sonnenschein. Ich kenne den Begriff Bethel schon aus meiner Kindheit, weil ich mich erinnere, dass meine Mutter immer so zur Weihnachtszeit oder manchmal auch während des Jahres Päckchen für Bethel packte. Da kamen dann Kleidungsstücke, die nicht mehr gebraucht wurden, rein oder von mir Spielzeug. Was brauchst du nicht mehr, Marietta? Das können wir dann nach Bethel schicken. Und insofern ist Bethel für mich ein Begriff, den ich wirklich schon ganz, ganz lange verinnerlicht habe. Ich habe generell einen wahnsinnigen Respekt vor allen helfenden Berufen, ob das Krankenschwester sind, Pfleger, Erzieher, ganz besonders Menschen, die mit sehr schwer kranken und behinderten Menschen zusammenarbeiten. Das muss eine unheimliche Kraft sein, die man dort reingibt, aber auch, glaube ich, Kraft, die man daraus schöpfen kann, weil man wirklich einen in dem christlichen Sinne liebenden und menschlichen Job macht, der, wie ich finde, in unserer Gesellschaft übrigens auch sehr viel besser bezahlt werden sollte. Ich würde Bethel wünschen, dass es als Institution sich so erhält und weiterentwickelt und mit der Gesellschaft auch immer weiter wächst und die jeweiligen Bedürfnisse der Gesellschaft auffängt, wie es das auch bisher getan hat. Und weiterhin ein Platz ist ein Ort, in dem Menschen Geborgenheit finden und Hilfe.